Hallo, hier ist der Jens und dies ist mein zweites Reaction-Video auf die Netflix-Serie Der Fall Jens Söhring – Tödliche Leidenschaft. In diesem Video geht es um 20 Beweise, ja, ihr habt richtig gehört, 20 Beweise, die in der Netflix-Serie fehlen. Ich frage mich, warum hat Netflix die rausgelassen? Und darüber werde ich spekulieren am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Aber erst schauen wir uns erstmal an, was alles fehlt, die 20 Beweise, die Netflix nicht will, dass ihr sie seht. Bei den ersten drei von Netflix unterdrückten Beweisen geht es um Dinge, die ich in dem ersten Video angesprochen habe. Das erste ist das Gutachten des Genetikers Professor Thomas McClintock, der ganz klar sagt, die Blutproben vom Tatort wurden nicht vermischt, daher ist auf die DNA-Tests Verlass. Das hat euch Netflix einfach nicht gesagt. Der zweite Beweis befasst sich mit dem Sockenabdruck am Tatort. Es gibt tatsächlich drei Gutachten von drei verschiedenen Forensikern, die sagen, dass der Sockenabdruck gar nichts bedeutet auf forensischer Ebene. Das sind die Experten Rick Johnson, Russell Johnson und Frederick Webb. Von denen gibt es Gutachten, aber die seht ihr in der Netflix-Serie nicht. Der dritte Beweis ist die Zeugenaussage von Yale Feldman. Das ist der Hotelmanager des Marriott Hotels. Der sagt, dass die Room Service, die Zimmerservice-Bestellung nur zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr hätte aufgegeben werden können. Eher gegen 23 Uhr. Das hört ihr in der Netflix-Serie nicht. Denn das macht die Zwei-Täter-Theorie vollkommen unmöglich. Einer von uns beiden, Elizabeth oder ich, musste in Washington bleiben, um diese Room Service-Bestellung aufzugeben. Und dieser Mensch war ich. Der vierte Beweis, der nicht in der Netflix-Serie erscheint, ist die Tatsache, dass Elizabeth die Tat gestanden hat. Am 8. Juni 1986 hat sie auf Tonband gesagt, ich habe es selbst getan, es hat mich geil gemacht. Der fünfte Beweis, von dem ihr nichts gehört habt, ist, dass ihre Blutgruppe, die Blutgruppe B, am Tatort gefunden wurde. Auf einem Lappen in der Nähe der Leiche ihrer Mutter. Und der sechste Beweis, der nicht in der Netflix-Serie erscheint, ist die Tatsache, dass es zwei Zeugen gibt, die Elizabeth dabei beobachtet haben, wie sie nach der Tat ihren Schuh ausgezogen hat und ihren Fuß mit den Sockenabdrücken am Tatort verglichen hat. Das ist schon ein bisschen komisch, aber davon erfahrt ihr gar nichts in der Netflix-Serie. Der siebte unterdrückte Beweis ist ein FBI-Täterprofil. Kurz nach der Tat kam der FBI-Spezialagent Ed Salzberg zum Tatort und fertigte ein Täterprofil an, was auf eine weibliche Täterin hindeutete, die in einer engen Beziehung zu den Opfern war. Der Polizist Ricky Gardner leugnet die Existenz dieses Täterprofils, aber Ed Salzberg und Chuck Reed sagen beide, dass es so ein Täterprofil gab. Das Täterprofil gibt es jetzt nicht mehr, das wurde nicht gefunden, aber es wurden andere Dokumente gefunden, die ganz klar auf die Existenz dieses Täterprofils hindeuten und auch den Inhalt beschreiben. Nämlich eine Täterin in einer engen Beziehung zu den Opfern. In einem Dokumentarfilm hat Ed Salzberg zudem gesagt, er sei zu der Meinung gekommen, die Täterin war Elizabeth Hazen. Der achte unterdrückte Beweis sind nicht identifizierte Fingerabdrücke auf einer Old Plum Brandy Flasche und auf Alkoholgläsern, ganz in der Nähe von der Leiche von Derek Hazen. Warum ist das wichtig? Vom Tatort geht ganz klar hervor, dass die Opfer Alkohol getrunken hatten mit dem Täter oder den Tätern, bevor die Morde geschahen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass diese nicht identifizierten Fingerabdrücke auf der Flasche und an Gläsern gefunden wurden. Das deutet auf die Gegenwart eines nicht identifizierten Täters hin. Ich war nicht die Quelle dieser Fingerabdrücke, die Opfer auch nicht. Bis auf den heutigen Tag wissen wir nicht, wer diese Fingerabdrücke hinterlassen hat. Das hat Netflix euch aber nicht gesagt. Das neunte unterdrückte Beweismittel ist die Tatsache, dass es einen zweiten Genetiker gibt, der die Aussage des ersten Genetikers bestätigt. Das ist Professor Moses Shainfield von der George Washington University. Auch er sagt, dass die Blutproben nicht vermischt und kontaminiert waren und dass sie auf die Gegenwart von zwei nicht identifizierten Männern am Tatort hindeutet. Es ist ja eine Sache, wenn es ein Genetiker sagt. Aber tatsächlich haben das zwei Genetiker gesagt. Und diese Tatsache verschweigt euch Netflix. Der zehnte Beweis, der in der Netflix-Serie nicht zu finden ist, ist der zweite Turnschuhabdruck. Ihr erinnert euch, in der Netflix-Serie haben sie von einem Turnschuhabdruck gesprochen, der zu klein ist, um von mir zu stammen. Was sie euch jedoch verschwiegen haben, ist, dass es einen zweiten Turnschuhabdruck gab, mit einem anderen Profil als dem ersten. Das beweist ganz klar, dass zwei Leute mit zwei verschiedenen Turnschuhen am Tatort durch das Blut gegangen sind. Das elfte Beweismittel, das von der Netflix-Serie fehlt, ist die Luminol-Testung des Fluchtwagens. Selbst der Polizist, der mich für schuldig hält, sagt, dass dieser Luminol-Test durchgeführt wurde und es wurde kein Blut in dem Fluchtwagen gefunden. Warum ist das wichtig? Weil Elisabeth Hasen gesagt hat, ich sei in der Tatnacht von den Morden zurückgekehrt, Splitterfaser genackt, gewickelt in einem Bettlaken und von Kopf bis Fuß mit Blut überströmt. Dann hätte es Blut in dem Fluchtwagen geben müssen. Und der Fluchtwagen wurde auch untersucht. Aber es wurde kein Blut gefunden mit dem Luminol-Test. Nummer 12. Fehler in meinem Geständnis. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Fehlern in meinem Geständnis, die in der Netflix-Serie nicht erscheinen. Darüber habe ich ein separates Video gemacht. Es heißt Täterwissen. Bitte schaut es euch an. Hier will ich euch einfach mal einen weiteren Fehler zeigen. Es geht darum, dass ich in meinem Geständnis gesagt habe, im Esszimmer habe ein sehr langer und sehr gewalttätiger Kampf stattgefunden. Aber das kann nicht sein. Schaut euch dieses Foto an. Auf dem Tisch stehen Weingläser und Kerzenständer und auf dem Kamin-Sips dahinter sind Karten zu sehen, die nicht umgefallen sind. Und die Kerzenständer und Weingläser sind auch nicht umgefallen. Hätte dort tatsächlich ein Kampf stattgefunden, wäre das alles auf dem Boden gelandet. Beweis Nummer 13. Jean Bass, eine Nachbarin der Hasems, hat vor Gericht ausgesagt, Sie habe zwischen der Tatnacht und der Entdeckung des Verbrechens ganz viele Autos in der Auffahrt der Hasems gesehen. Das ist schon ziemlich verdächtig. Beweis Nummer 14. Sandra Thornton, eine Mitarbeiterin eines Obdachlosenheims, hat gehört, wie William Shifflett und Robert Albright gesagt haben, sie seien zu dem Haus einer reichen Schlampe gegangen und haben ihre Eltern ermordet. Das wurde auch nicht erwähnt. Nummer 15. Die Tatsache, dass es drei Verdächtige gibt, die die Tat zusammen mit Elizabeth Hasem begangen haben könnten. Ich werde deren Namen hier aus Respekt nicht nennen, aber das sind echte Verdächtige, da gibt es wirkliche Anhaltspunkte. Und gegen diese drei Personen wurde überhaupt nicht ermittelt. Und ich finde, das hättet ihr mal erfahren sollen. Nummer 16. Der Richter bei meinem Prozess, William Sweeney, war mit der Familie der Opfern befreundet. Und vor meinem Prozess hatte er ein Interview gegeben, in dem er ganz klar zum Ausdruck brachte, dass er mich für schuldig hält. Und das hat er gemacht vor meinem Prozess, in aller Öffentlichkeit. Nummer 17. Fünf Jahre nach meinem Prozess hat mein Strafverteidiger, der Anwalt, der mich vor Gericht verteidigen sollte, seine Zulassung als Anwalt verloren, wegen Fehlern an meinem Fall. Der Mann war also so inkompetent, dass er nicht länger als Anwalt arbeiten durfte. Nummer 18. In der Netflix-Serie lesen sie euch einen Brief vor, den ich geschrieben habe, in dem geht es um das Wort Crushing, Zermalmen. Und in demselben Satz schreibe ich, ich habe noch nicht getötet. I have yet to kill. Das wird so dargestellt, als ob das etwas mit den Hasems zu tun hat. Aber das stimmt überhaupt nicht und das wissen die Produzenten der Netflix-Serie auch. Ich habe ein Video zu diesen Briefen gedreht. Guckt es euch bitte an. Es heißt, die Briefe und das Tatmotiv. Nummer 19. In der Serie zeigen sie euch jemanden, der sagt, dass die Eltern von Elizabeth Hasem gegen unsere Beziehung gewesen seien und dass sie mich verabscheut haben. Aber das stimmt nicht. Bei meinem Prozess haben ganz viele Menschen aus dem Umfeld der Hasems ausgesagt und kein einziger konnte bestätigen, dass die Eltern von Elizabeth gegen unsere Beziehung waren oder dass sie mich gehasst haben. Auch in den Briefen zwischen Elizabeth und mir wird dieses Thema mit keinem Wort erwähnt. Elizabeth schreibt sehr viel darüber, dass ihre Eltern sie unterdrücken und kontrollieren. Aber mit keinem einzigen Wort wird erwähnt, dass die Eltern gegen unsere Beziehung seien. Das stimmt also einfach nicht. Nummer 20. Die Netflix-Serie verschweigt euch, dass sich vier renommierte Juristen mit diesem Fall befasst haben und zu dem Schluss kam, dass ich nicht schuldig bin. Es geht um Gail Starling Marshall, eine ehemalige stellvertretende Justizministerin von Virginia, Professor Mary Kelly Tate, eine Expertin für Justizirthümer, Dennis Dono, der später ein US-Bundesrichter wurde, und Irwin Cutler, dem ehemaligen Justizminister Kanadas. Alle vier halten mich für unschuldig. Warum würde Netflix euch diese 20 Tatsachen, diese 20 Beweise vorenthalten? Darüber kann man nur spekulieren. Ich kann euch meine Meinung geben. Ich glaube, Netflix hatte nichts Neues zu erzählen. Daher mussten sie Spannung erzeugen. Und das haben sie getan, indem sie wirklich wichtige Fakten einfach weggelassen haben. Tatsache ist nämlich, es spricht viel mehr für meine Unschuld als für meine Schuld. Aber dann gäbe es eine klare Antwort. Und eine klare Antwort ist nicht spannend. Es ist viel spannender, alles im Ungewissen zu lassen. Im Nebel. Und den Nebel erzeugt man, indem man ganz viele wichtige Fakten, wie diese in diesem Video, einfach weglässt. Aber ist das die Wahrheit oder ist das Medienmanipulation?